Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei, die Medizin und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Hier stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe nun schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm die Schüler an der Nase herum und weiß, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Magister, Schreiber, Pastoren und Pfaffen. Auch plagen mich keines, Grubel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Bilde mir nicht ein, was Recht ist zu wissen, drum ist mir auch alle Freude entrissen. Da stockt des Meisters Gelehrsamkeit. Leider Gottes, machen wir da einen dicken Schlitz runter.